So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu PIZZA CONNECTION 3. Ich glaube, in den letzten Folgen habe ich öfters mal PIZZA SYNDIKATE gesagt und nicht CONNECTION. So, ich weiß aber immer noch nicht, warum meine Liefer Teile da Außer Betrieb. Warum ist das außer Betrieb? Lieferstation Warum, warum, warum Räume ändern Garage, nein Abbrechen Ich habe keinen blassen Schimmer Warum die nicht ausliefern wollen Und jetzt ein Lieferservice Jaaaa Hier ist auch ein Lieferservice Warum ich die Häkchen nicht kriege Schwierigkeiten, 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 Schwierigkeiten Ich lass mal schnell laufen Ich lass mal schnell laufen Angestellten Warum Warum Funktioniert Diese Lieferstation Jaaaa Gästeraum So Lieferung Kritisch Jaaaa Warum Ausgelieferung Ausgelieferung Stelle näher oder schneller Das geliefert Das Normal Ein Wenn ich jetzt hier bei der Nein Bei der Ausgelieferung Wenn ich das so mache Richtig krass Angestellte vorbei Wenn ich mir Lieferboys einstelle Mag ich jetzt einfach Mehr dazu Liefert ihr jetzt Ich verstehe nicht, warum wollen die nicht liefern? Lieferstationen Ich erforsche jetzt einfach jeden Scheiß hier Möbel Lieferservice habe ich erforscht Was Gott Gemeinschaftsgeist Weiß ich nicht wie das funktioniert Art Forschung Was Gott Ich möchte ein Restaurant Grüße Möbel 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 Ach so Walking dead, warum ist es außer Betrieb? Architekt Abbrechen, ich gehe mal Da oben sind die Angestellte Außer Betrieb, warum sind die außer Betrieb? Es läuft doch Hier pumpt es auch Architekt fortfahren Räume ändern Räume 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 Scheiße Küche Garage Übernehmen Ich weiß echt nicht weiter Brauche ich irgendwie noch andere Möbel hier drin? Scheiß Dreck Lieferstation Was ist eine Lieferstation? sapp meine Räume Die Die Das war's für heute. Warum? Lieferstation, was ist eine Lieferstation? Kündigen. Das ist nicht das warm. Er kann sich gerne wieder willkommen. Nichts? Ich hatte Angst, dass es nicht mehr groß ist. Ich bin ja Jackie, ich bin auch wirklich großartig. Ich bin Energy. Wir brightenen es leer. Mist hier. Lieferstation. Versuchen wir's damit. Hm? Warum wollt ihr nicht fahren? Geschwindigkeit... Mhm. Was stimmt hier nicht? Guter Menge. Lieferstation, Lieferstation. Was? Sag mir. Apartment. Bewohnerbundekufti. So ne, das ist nur meine Pizza-Kunden. Angestellter, Finanzen, Statistik. Lieferstation, was zur Hölle ist das? Hm. Lieferstation, Lieferstation. Hm. Was zur Hölle ist ne Lieferstation? Was zur Hölle ist ne Lieferstation? Ich bin zu blöd. Ich bin zu blöd. Pablo. Die hat den besten Shop der Welt. Ihr braucht auch nichts machen. Brumm brumm, ja. Feuern, scheiße. Forschung abgeschlossen, Gemeinschaftsgeist. Geil, da kann ich jetzt irgendwas machen hier. Ich will mehr oder schnelleres Personal ein. Scheiße. 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 Kommst du einfach hier, 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 hier. So. Das ist ja die V-Opergau. So, wenn jetzt immer noch nichts liefert, dann... Warum machst du nichts? Der hat Pizza stoppt, die müssen weg. Oh Gott. Was ist hier falsch? Angestellte. Hopp, 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 hopp. Hier kommt auch noch mit. Hier. In die Gruppe. So. Warum? 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 komm jetzt hole ich hier noch vier Köche. Eins, zwei, drei, vier. So, die stehen sich jetzt alle auf den Füßen. Dem fehlt sogar ein Ofen. Architekt, fortfahren. Du kriegst einen Hightech-Ofen. Hollerstation. Komm. Montago. Das ist also der Name, den dein Vater angenommen hatte? Wie überaus anspielungsreich. Wie auch immer, du bist clever. Pizzaquadro Stagioni, im Pizza-Fab-Faux umbenannt. Nicht schlecht. Wir erkennen an, wenn wir eine Schlacht verloren haben. Aber den Krieg kannst du nicht gewinnen. Don Frodato. PS. Ja, natürlich stecken wir hinter der Kampagne. Und von jetzt an wissen wir, wer du bist. Du wirst jede Nacht von uns träumen. So, gut. Ich glaube, damit sind wir hier fertig. Der eigenartige Humor der Frieden ist ja weltbekannt. Aber du scheinst ihn getroffen zu haben. Kriegen wir noch nicht vorbeifahren. Okay. Dann mal weiter. So. Du wirst angegriffen. Verstanden. So. Boot Pause. Damit ist die Folge hiermit beendet. Äh, beendet. Ich sag tschüss und tschau. Bis zum nächsten Mal bei Pizza Connection 3. Tschüss. Tschau. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.